Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Bakery Simulator. Ach Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich habe wieder Folgen aufgenommen gehabt, die wieder verbacken waren. Ich hatte wieder diverse Bugs. Ich hatte hier Teig, der hier stecken blieb in dieser Maschine. Ich hatte dies und ich hatte das. Und ich musste leider diese Aufnahmen verwerfen. Und ganz ehrlich, ich war eigentlich schon daran, dieses Let's Play aufzugeben, nicht mehr vorzuführen. Und dann ist aber etwas passiert. Es kam ein Patch raus mit ganz vielen Bugfixes. Und ich hoffe, ich hoffe, es ist nun mal endlich ein bisschen besser. Wir werden sehen, was sie auf jeden Fall verbessert haben, ist zum Beispiel dies hier mit dem Tablet. Zack, zack. Oh, ein Träumchen. Über den Wagen haben sie nichts geschrieben. Ich hoffe, der wird weiter jetzt auch mal funktionieren. Und ja, wir müssen mal schauen, was hier immer noch buggy ist und was nicht. Aber zumindest habe ich jetzt ein bisschen wieder Motivation, hier noch weiterzumachen. Denn eigentlich mag ich dieses Spiel. Klar, es ist kein AAA und es hat auch keine Story und nichts. Aber nichtsdestotrotz, ich mag Simulatoren. Und eigentlich gefällt es mir. Aber wie gesagt, wir schauen mal, wie weit wir voreinkommen. Gut. So. Ihr habt mir wieder ganz, 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 ganz viele Tipps und Infos gegeben in den Kommentaren. Und ich würde auch mal gerne versuchen, manches davon auszuprobieren. Jemand hat geschrieben, zum Beispiel, ich könnte ja das Zeitlimit umgehen. Indem ich mir erst mal die Aufträge angucke. Zum Beispiel hier, kluger Muffin. 99 mal kluger Muffin. Und ich kann ja dann einfach hier, äh, hier, genau. Und kann das Rezept verfolgen. 99. Okay, er macht nur 96. Vielleicht ist Beispiel. Okay, aber wie gesagt, ich kann hier auf Rezept verfolgen. Und dann könnte ich praktisch ohne Zeitlimit das alles in ganz, ganz Ruhe anmixen. Ähm, ja, ich weiß allerdings nicht. Auf der anderen Seite, irgendwie gehört dieses Zeitlimit ja auch dazu. Und ich würde es irgendwie doch erstmal drin lassen. Was wir auf jeden Fall machen würden aber, ist, wenn ich zum Beispiel sowas wie Muffins habe, dass ich, bevor ich den Auftrag annehme, Vorbereitungen treffe. Indem ich zum Beispiel hier Muffinformen schon einmal befülle. Da ist übrigens auch eine neue Änderung gekommen. Und zwar muss man jetzt nicht mehr jedes einzelne machen, so wie hier. Ne? Sondern wenn ich jetzt hier gedrückt halte, dann fülle ich alle auf einmal. Das finde ich schon mal eine sehr, sehr nette Änderung. All right, so warte mal, wir machen mal eben hier, so das war hier, ne? Kluger Muffin. Machen wir mal wieder abbrechen und auf. Okay, sechs ist das Minimum. All right. Gut. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, was die immer noch buggy ist und was nicht. Und, aber ich würde sagen, wir starten einfach einen neuen Tag. Und deswegen würde ich auch tatsächlich gerne mal diese 99 Muffins annehmen. Und dafür die Formen vorbereiten. All right. So, das heißt, wir brauchen jede Menge, kann ich das eigentlich auch gleich hier? Ne, das, scheiße, das geht nicht. Ne, wenn ich das Tablett in der Hand habe, ich kann nicht direkt, äh, hallo? Okay. Oh, ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder jetzt. So. Äh, das heißt, oh Gott, wie viel brauchen wir denn davon? Bei 99 brauchen wir 10, 15. Warte mal, 15 sind 90. Äh, 17, ne? Wenn ich es richtig gezählt habe, 17, ne? Okay. So, warte. So, und, äh, das ist noch ein bisschen tricky hier. So. Oh Gott, das sind so viele Bleche, die wir brauchen. So, dann, nein, halt. So. Dann füllen wir nämlich die alle schon mal schön mit. Und dann füllen wir noch auf dem Papier. So. Okay. Das war immer noch eine Menge Arbeit, aber, wenn jetzt hier das Zeitlimit schon laufen würde, äh, wir würden so viel Zeit verlieren. So viel Zeit. So, dann kommst du mal nach unten, dann kommst du hoch, du runter, du hoch und du runter. So, wir haben, oh, wir haben gerade noch neun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Äh, äh. So. Und ruf damit. Und ruf damit. Und. So. Füllen. Ich weiß nicht, ob die noch mehr von diesen Änderungen gemacht haben, die das Ganze erleichtern. Also, was ich auf jeden Fall gelesen habe, es soll ab Start schon der Kurier freigeschaltet sein. Ähm, das soll gehen in, äh, ich weiß gar nicht mehr, was da alles noch war. Ihr könnt euch aber bei Steam die Patch Notes selbst durchlesen. Also, die haben schon einiges gemacht. Jetzt will er wieder nicht. Hallo? So. So. Dann noch hier nochmal rein. Zack. Okay, wir haben drei, sechs, neun. Äh, warte mal, was hatte ich gesagt? 3, 6, 9, äh, 12, 15, 18. Und ich hatte gesagt, was hatte ich gesagt? 17, ne? Warte mal, das sind... Äh, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Warte mal. Wir brauchen... 6, 10, 10, 5, 8, 17 von diesen, ne? Wir haben 3, 6, 9, 12. Ja, das müsste ja dann schon reichen, ne? Das müsste ja dann schon reichen. Okay. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Gut. So, wir machen mal... Können wir sonst noch irgendwas... Was können wir denn noch machen? Ich würde auf jeden Fall die Corner-Bakery noch weiter leveln. Dafür brauchen wir Donuts. Das nehmen wir an. Dann natürlich die Muffins. Und... Ach, ich hätte auch mal Bock auf Schokoladen-Croissants, ne? Ich weiß aber nicht, wie aufwendig die sind. Äh, wir machen mal... Wir machen erstmal noch was Leichtes dazu. 13 Sonnenbrot-Leib. Ja, okay. Okay. So, den nehmen wir alle an. So, dann fangen wir an mit dem Muffins. Gut. So, eine Schüssel her. Ähm... So, wir brauchen Gokkas-Aroma. Äh, sonst brauchen wir nichts. Dann brauchen wir einmal auf die andere Seite. So. Schlauch rein. Äh, Eier. Genau, Eier brauchen wir. Dann brauchen wir Milch. Milch. Öl brauchen wir auch. Und... Hä? Olivenöl war das. Alles klar. So, Milch. Alright. So. Ja, den Rest am Regal. Da hatte ich übrigens auch einen ganz guten Tipp. Mir hat jemand geschrieben, zum Beispiel hier, Walnuss. Brauchen wir 495. Und... Das ist eigentlich einfach. Wir machen 5 rein. Und anschließend ziehen wir 5 wieder raus. Ja, das funktioniert. Total. Super. Das finde ich mal einen sehr geilen Tipp. So, dann müssen wir nämlich nicht immer so viel einzeln machen. So, Zucker. 495. Das heißt 500 rein. Und 5 raus. Nice. So, Hefe. Machen wir 200 rein. Und... Genau. So, passt doch. Sehr, sehr gut. Also, den Tipp finde ich richtig nice. So. Äh. Warte, warte, warte. Wir müssen noch... Kluger Muffin. So. Rezeptbuch. Kluger Muffin. Was kommt hier rein? Das ist eine zufällig... Eine an Teil einer würzigen asiatischen Pflanze. Okay. Äh. Asiatisch ist... Kardamon ist indisch, ne? Ich habe mich ja ein bisschen schlau gelesen, was Gewürze betrifft. Damit ich hier nicht mehr ganz so dumm dastehe. Äh. Müsste Kardamon sein. Wir machen es einfach mal. Alright. So. Ab in den Mixer. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns einmal um die Donuts. So. Äh. Komm, lass mich einmal durch hier. So. Wir brauchen Dinkelmehl. Äh. Da. Okay, okay, okay. So. Rest ist wieder da drüben. Einmal den Bügel hoch. So. So. Schlauch rein. Milch. Ähm. Äh. So, Eier brauchen wir auch. Ja. Und Wasser. Und Wasser. So, Rest muss wieder am Regal. Äh. So, warte. Ich werde aber mal hier schon wieder. So. Genau. Und hier mit dem Drücken können wir auch nämlich gleich alle sechs auf einmal machen. Das finde ich nice. Auch wenn ich nichts sehe. Äh. Übrigens als Tipp, ne. Wenn ihr vorhabt, Bäckerlehrling zu werden oder irgendwie sonst was, ganz wichtiger Tipp. Immer die Schüssel direkt vor die Nase halten, damit ihr nichts seht, ne. Also, so macht ihr euren Meister alle Ehre. So. Klatsch rein hier. So. Und. So. Okay, warte. Mal eben die nach oben holen. Äh. Shit, warte. Muss man eben eins hier abstellen. Müsst du hoch, runter, hoch, runter, hoch. So. Äh. So. Ich glaube, wir haben zu viele Firmchen, ne. Kann das sein? So, warte mal. Ich sollte mal eben hier das Rezept wieder ändern, bevor ich hier was Falsches mache. So. Okay, ich glaube, das kommt hin mit den Formen, ne. Ich glaube, ich habe richtig gerechnet. Ja. Äh, war doch eins zu viel. Aber das ist egal. Das ist nicht schlimm. So. Dann können die nämlich schon mal in den Ofen. So. Bisher funktioniert der Wagen. Sehr nice. So. 180 Grad. Das heißt, unten rein. Na. So. Wie ist die Zeit? Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. So. Äh. 30 Sekunden, ne. So. Äh. Klappe. So. Und dann natürlich auf der anderen Seite den Rest. Okay. Das heißt, einmal hier. Und. Hier. So. Und auch hier 30 Sekunden natürlich. So. Gut. Du kommst einmal mit. Oh, ne, ne. Oh, nein. Oh, doch. Oh, doch. Okay, er funktioniert noch. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hier, ne? Genau. So. Wir brauchen. Achso, warte. Wollte gerade sagen. Wieso haben wir jetzt hier falsche Sachen drin? So. Butter. 500 rein. Und 5 raus. Dann Zucker. 100 rein. Und. 1 raus. Das ist finde ich echt eine nice Sache. So. Dann machen wir. 300. Und. Äh. Noch 1 raus. Genau. Gut. So. Schummeltag Donut. Was brauchen wir? Schummeltag Donut. Karamell. Karamell. Ich danke. Ich danke. Ich danke. Das ist so einfach. So. Karamell. Zack. Mix an hier. Die Soße. So. Gut. Die sind fertig angekommen. Warte mal. Wir können ja einmal den Wagen schon mal wiederholen. So. Und. Muffin, Muffin, Muffin. Hier. So. Seid ihr in Ordnung? Ja, ihr seid in Ordnung. Sehr schön. Was natürlich ein bisschen nervt ist, dass die Formen auf dem Tabell bleiben. Also. Braucht die ja eigentlich nicht mehr. Von daher. Ich wünschte, man könnte die irgendwie. Ne. Warte. Das will ich nicht. Ja. Was für eine Verschwendung. So. Egal. So. Wir machen erstmal hier weiter. Wie die duften. Wie die duften. So. Dann hier. Ja. Und. Die letzten. Alright. So. Und wir haben noch elf Minuten. Also. Ich glaube. So. Vom Zeitfaktor müsste das eigentlich auch passen. So. Ah. Nein. Halt. Danke. Ach Gott. Kann ich die nicht wieder zurückgeben? Kann ich nicht wieder hier reinmachen? Ne. Gut. Müssen wir mal die Teile eben hier. Äh. Nein. So. 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 Und. Gut. So. Wir waren bei den Donuts. Ne. Alright. Das müsste ja soweit alles passen. Das heißt. Einmal hier. Klatsch rein. Die Soße. So. Wir brauchen zweieinhalb Grad. Und. Achso. Die Kiste brauchen wir noch. Kiste. Ganz wichtig. So. Dann haben wir ruf hier. Okay. Let's go. Gut. Das läuft auch von alleine. Jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch die Brote. Ich glaube. Wir sind richtig gut in der Zeit. Ne. So. Äh. 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 Jetzt brauchst du hier Maismehl. Hab ich das überhaupt drin? Ja. Hab ich. Sehr gut. So. Dann haben wir wieder den Bügel runter. Wasser. Äh. Äh. Wasser. Äh. Wasser. Hast du Schlauch. Schlauch natürlich. Und. Hatten wir hier auch Sauertag-Starter. ne. All right. So. Äh. Äh. Salz. Okay. Warte. 156. 156. 156. 156. Und sonnenblumenkerne. Die waren hier irgendwo, ne? Hier. Äh. 520. All right. So. Sonnenbrotlaib. Äh. Sorry. Falsche Taste. Äh. Sonnenbrotlaib. Äh. Wenn du den warmen, sanften Wind spüren möchtest, füge einige aromatische Schalen hinzu. Die Orangenschalen, ne? Geh mal jetzt von aus. Sind die aromatisch? Ich würde mal sagen, sonst haben wir nichts an Schalen, oder? Komm. Zack. So. Dann einmal mixen. Gut. So. Wie sieht's hier aus? 36 schon. Okay. 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 Und wir haben noch acht. Fast neun Minuten. Das sieht gut aus. So. Äh. So. Wir brauchen natürlich wieder hier einmal formen. Drei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Klatschi. 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 Tabletti. 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 So. Drei. Äh. So. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. So. Äh. Ach ne. Halt. Stopp. Klatschi. 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 Weg damit. Her damit. Gut. So. Kann ich die nicht irgendwo... Warte mal. Machen wir mal mal anders. Dann holen wir uns halt andere Bläche. So. Zack. 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 So. Drei. Sechs. Neun. Zwölf. Und wir brauchen noch eins. Rest dabei. Sehr gut. So. Mh. Das kann... Warte. Mh. Na. Warte. Eben halt so. Gut. Äh. Hallo? Dann halt da unten. Gut. So. Wir müssen... Wagen funktioniert noch. Bin begeistert. Ich will nichts beschreien, aber... So. 220 Grad. Du. Du. Du und... Achso. Das reicht nicht, ne? Ja. So. Äh. 50 Sekunden. So. Die Zeit haben wir locker. So. Einmal zu. Und dann kommt der letzte hier rein. So. 50 Sekunden. Hallo? Äh. Da. Gut. So. Drum jetzt müssen wir noch langsam fertig sein, oder? Ja. Sehr gut. 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 Es läuft. Also bisher läuft's. Ich hoffe es bleibt so. Ich hoffe es bleibt so. So. Okay. Wir haben noch 6 Minuten, das heißt wir hätten im Prinzip auch den Auftrag mit den Schoko-Croissants nehmen können. Aber das können wir ja beim nächsten Mal. Ich hab mal Bock auf Schoko-Croissants. So. Wie weit sind wir hier? Oh. Fertig. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Die Kiste. So. Auch rein den Rotz. So. Ja. Ja. Piep piep. Piep piep. So. Äh. Äh. Kann ich ihn nicht fallen lassen. Doch jetzt. So. 12. Und dann noch hier. Du. Alright. So. Fertig. Und noch fünfeinhalb Minuten Zeit. Okay. Ich sag mal so. Dann. Können wir ja erstmal noch was essen. Oder? Na egal. Komm. So. Wir müssen natürlich hier einmal. Und in die Stadt bewegen. Das ist nämlich jetzt ausgegraut. Ich glaube das haben sie nämlich jetzt aktuell gerade gesperrt. Wegen irgendwelchen Abstürzen die es da einmal gab. Deswegen kann man im Moment tatsächlich sogar nur den Kurier benutzen. was ich aber nicht schlimm finde. So. Berichte. So. Ich hoffe die Gewürze waren. Kluger Muffin. Was hatten wir da rein gemacht? Ah. Ich heule nicht mehr. Warte mal. So. Da war auf jeden Fall Gewürz richtig bei den beiden. Warte mal. So. Keine Belohnung. Wie enttäuschend. Okay. Ich muss mal eben gucken. Äh. Wir fliegen schon wieder die Bleche. So. Kluger Muffin. Was hatten wir da rein gemacht? Ah. Asiatisch Pflanze. Okay. Es war also nicht Kardamon. Was war es dann? Chili asiatisch? I don't know. Aber ich glaube dann muss es eigentlich. Es kann nur noch nicht sein. Chili gewesen sein. Eigentlich kann es nur noch Chili gewesen sein. So. Egal. Alright. Guck mal. Wir haben 12.743 Dollar. Ich weiß gar nicht was wir mit der Kohle machen sollen. Wir haben hier nichts mehr aufzuleveln. Was wir natürlich mal machen könnten. Ah. Wo waren das? Hier. Anpassungen. Wir könnten uns hier ein paar nette Wände. Ich weiß natürlich nicht wie die aussehen. Ich hätte am liebsten natürlich einen Vorgeschmack darauf. Industriewand. Ich weiß nicht wie die wirklich aussehen. Man kann es hier nicht richtig einschätzen. Oh komm. Äh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Warte. 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 Nee. Nee. Rustikale Wand. Kaufen. Auswählen. Ja. Das ist schon besser. Aber wieso da oben? Kann ich nicht oben auch? Wieso denn hier nur hier unten? Warte. Was haben wir noch? Schicke Wand ist noch gesperrt. Industriewand. Komm. Wir können es uns leisten. Ja. Die finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Die finde ich auf jeden Fall besser. So. Was haben wir noch? Äh. Einfach so ein. Koloniale Wand haben wir noch. Die gucken wir uns auch nochmal an. So. Die ist auch ganz nett. Ich finde das passt hier zu einer Bäckerei. Irgendwie passt das. Ich glaube ich lasse die. So. Äh. Hier glaube ich noch. Warte mal. Können wir nicht den Tisch? Warte mal. Genau. Industriebetrieb. Industriebetisch. Industriebetisch. Industriebetisch? Was ist denn ein Industriebetisch? Komm. Wir können es uns leisten. Ah. Okay. Ist aber nicht größer. Ne? Ist aber nicht größer. So. Wie sieht es hier aus? Ah. Guck mal hier. Größere Maffenform. Stimmt. Da war ja was. Alright. Ah. Jetzt kriegen wir doppelt so viel rein. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ansonsten. Was können wir noch anpassen? Was ist mit dir? Äh. Was ist das mit dir? So. Hä? Ach. Der hat sich gleich mit dem angepasst. Soll ich das richtig sehen, ne? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Ansonsten. Industrieregal. Warte mal. Auswählen. Ja. Wir wollen es ja so ein bisschen einheitlich haben, ne? Das haben wir alles in Chrom. So. Hier kann ich wohl nichts, oder? Ne. Das ist die Wand. Das ist auch die Wand. Okay. Ich glaube. Was ist mit dir? Ne. Du bist nicht verbessert. Was ist mit dem Fußboden? Okay. Äh. Wir wollen das ja nicht gleich haben wie die Wand, ne? Ja. Probieren wir den Industrieboden. Ja. Ist halt irgendwie ein stinknormaler Fußboden, ne? Moderner Boden. Auswählen. Ja. Ne. Passt irgendwie nicht zu den Wänden. Ja. Ne. Passt irgendwie nicht zu den Wänden. Was hatten wir jetzt eben? Den glaube ich, ne? Ne. Ja. Ich lass den mal. Ich lass den mal. Alright. So. Was machst du hier? Gut. Ich würd sagen. Ich bin froh. Ich hatte keine Bugs. Ich bin so froh, dass ich keine Bugs hatte. Und ich hoffe es bleibt weiter so. Okay Leute. Ich glaube. Heute haben wir einiges geschafft. Und. Ich würd sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und. Ich glaube ich würde beim nächsten Mal. Wenn wir einen Auftrag haben. Schoko Muffins machen. Dafür brauchen wir nämlich diese Maschine. Und diese Maschine. Äh. Schoko Croissants mach ich natürlich. Nicht Muffins. Schoko Croissants. Alright Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und. Vergesst den Daumen nicht, ne? Tschüss.